Ihr müsst nicht mit aufs Bild. Keine Sorge. Oh, jetzt macht die da gleich hin. Ich glaube, die fängt an läufig zu werden, weißt du? Kauska! Die untersucht alles. Das ist schon ein Hund, der ist unheimlich mutig und forsch. Kau, hier ist echt ein Schisser dagegen. Ja, aber er geht natürlich auch sehr hinter ihr hinterher. Er nimmt sich da auch sehr zurück. Das ist eben das Los des zweiten Brustes. Nee, der ist vom Typ her auch anders. Der ist vom Typ her anders. Harry, du bist zu groß bin schon. Was, Mädels? Ihr müsst Platz machen, wir kriegen sonst keinen Kaffee. Kaffee Marsch! Das ist ein Schicker. Das ist ein Schicker. Aber weißt du, er ist auch so mit anderen Hunden. Nee, er hat keinen Schiss. Aber Pelle hatte ja letztendlich, oder ich weiß nicht, ob er Schiss hatte und deswegen so rumpelig war. Ach, das haben wir auf dem Film. Können wir vielleicht rausschneiden. Wie ist du allen anderen Hunden nett, ne? Nur zu... Der wird immer... ...